So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Die letzte Aufnahme war synchron. Ich hoffe, diese ist es auch. Ja, irgendwie hat es das letzte Mal ein bisschen Verbindungsprobleme gegeben. Ich weiß aber nicht, warum. Wir machen jedenfalls das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wir sortieren die Beliebt-Level jetzt mal nach... Dings. Ach so! Das ist alle und... Ah, ich verstehe. Ich bin doof. Vielleicht hätte ich dann... Ah! Ach, da ist Frank jetzt sogar ganz oben bei, wenn ich diese Woche mache. Dann ist dieses Dessert-Level bestimmt hier auch irgendwo gleich vorhanden. Vielleicht ist das ja dann gar kein... Ja! Das ist nämlich dann... Das ist dann schon ein Very Hard Level. Gecheckt! Habe ich nicht darauf geachtet. Das ist dann schon ein Very Hard Level, theoretisch, ja. Und ich wollte die Kommentare lesen. Also, auf irgendeinem Grund hat es jetzt leider nicht für mich als abgeschlossen gewertet. Das ist ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern. Ist mein Vater irgendwie gerade im Internet oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie... Ach, die schreiben alle nichts zum Swamp. Nur dumme Pinsel. It's not simple, but possible. Ja, simple war es echt nicht. Naja, also unfair fand ich es jetzt nicht, aber das mit dem Swamp war schon ordentlich krass. Took me an hour. Warum spielt man sowas eine Stunde? Kein Kommentar. Okay, aber das... Dann verstehe ich das. Ah ja, dann verstehe ich das. Das war vorher was auf alle und deswegen waren da auch die Superhard-Dinger mit dabei. Und jetzt ist es nur Superhard. Okay. Und von Superhard haben wir Frank schon gespielt. Ja, Mensch. Zwei Checkpoint Kai zu enjoy. Wir gucken rein. Wir gucken rein. Wir gucken rein. Check ich den Anfang überhaupt? Bin mir unschlüssig. Ich muss... Hä? Ich muss ja darüber kommen, oder? Ah, und dann? Was sagt denn der Pfeil? Ich verstehe den Pfeil nicht. Okay, das Level verstehe ich überhaupt nicht. Was soll ich da machen mit dem Pfeil? Das geht auch. Okay, das Level verstehe ich schon mal nicht. Das spielen wir dann jetzt auch nicht. Sky Athletic 3. Okay. Indikatoren sind immer gut. Großer Fan von Indikatoren. Und da sind sie weg. Kaum sind die Kartonen weg, sterbe ich. Natürlich. Okay. Okay, da sind sie wieder. No. Aber so weit sieht das doch ganz okay aus, das Level. Okay. Okay. Oh, das verfehle ich den jedes Mal. Okay. Okay. Wir sind weiter. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh. So. Diesmal machen wir das richtig. Jetzt wissen wir ja, was kommt. Okay. Okay. Ach nö. Da hinten ist bestimmt der Checkpoint. Okay. Okay, let's go. Super. Super bin ich geletzt. Auf jeden Fall. Ach komm. Gut. So. So. Soweit. Alles in Ordnung. Jetzt kommt das da. Ist auch in Ordnung. Wissen wir ja auch, was hier passiert. Jetzt muss ich nur... ...den richtig werfen. Not like this. Not like this. So. 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 Okay. Jetzt muss ich nur noch Dankeschön richtig werfen. Okay, da ist nun Leben drin. Jackpoint. Hoffentlich. Yes. Okay. Verstanden. 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 Jetzt weiß ich nicht, was kommt. Okay, der kommt. Und dann bin ich zu tief gewesen. Okay. Aber soweit lief das doch ganz gut. Das war interessant. Puh. Ah, das habe ich zu spät verstanden, aber dann doch hingekriegt. Uiuiui. Okay. Okay, hier ist... Da war ein Indikator, aber irgendwie hat der nicht getan, was er sollte. Wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht. Ziemlich sicher sogar. Du musst jetzt noch rausfinden, was ich falsch gemacht habe. Nein, zu langsam. Das, was ich vorhin richtig gemacht habe, intuitiv mache ich jetzt falsch, wo ich weiß, was kommt. Das ist auch mehr ehrgellig. Wenn du intuitiv sagst, richtig was, danach nicht mehr. So, okay. Also, wie ging... Was war... Was war da jetzt? Ach, der ist da nicht hingerutscht. Ich bin falsch auf den drauf. Der ist da nicht hingerutscht. Verstanden. Okay. Okay. Och, komm. Der ist da nicht hingerutscht. Ah, das ist echt ein cooles Level. Holy shit, das macht richtig Spaß. Mehr als die... Die Kaizo, das ist ja... Das Ding da. Das ist überhaupt kein Vergleich, ne? Das ist richtig cooles Level. Oh, das war's schon. Aber wir haben ja noch mehr Kaizo for uns. Also, Super-Expert. Zumindest aufs Kaizo. Das werden wir sehen. Können ja auch ein Super-Expert-Rätsel-Level sein. Irgendjemand im Haus ist im Internet anscheinend. Aber am Computer habe ich Internet, ne? Ja. Das ist halt echt... Oh, Mann. Hat's das jetzt gewertet? Ach, komm. Dann spielen wir's nochmal. Das war ein cooles Level. Das spiele ich auch gerne zweimal. Jetzt geht's auch schneller. Jetzt weiß ich, was los ist. Komm, jetzt machen wir First Try. Und das wär's. Oh. Ich hab vergessen, wie es ging. Die Stelle hab ich vergessen. Ah. Wenn ich jetzt aber dann wieder ein Verbindungsproblem am Schluss hab, dann, äh... Nehme ich lieber heute Abend noch mal auf. Das ist ja dumm. Hatte ich noch nie hier im Zimmer. Na, das hat doch schon mal viel besser funktioniert. Nein! Was? Was ist passiert? Hä? Was war das? Was ist da grad schiefgelaufen? Ich kann den Tod nicht mal ansatzweise nachvollziehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ne? Ah, den kann ich nachvollziehen. Ah, das war ja gerade komisch. Och, Mann. Ich war so im Modus. Ich wollte das an einem Rutsch schaffen. Schade. Also, das kann man wirklich ohne Checkpoint schaffen. Das wäre möglich. Das würde deutlich länger dauern. Keine Frage. Aber es wäre jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Level ist geschafft. Easy. Wehe, der bricht mir jetzt wieder ab. Wehe. Also, da oben zeigt's ein Freund an. Insofern müsste es ja eigentlich funktionieren. Ja, danke. Ja, weiß nicht, was das gerade wieder war. Im Endeffekt habe ich jetzt eine bessere Zeit als vorhin. So. Flake Mountain Queries Light. Light klingt gut. 1,76% klingt auch in Ordnung. Schauen wir mal rein. Ich muss sagen, sowas macht echt Spaß, ne? Nur halt, wenn's dann zu krass wird, ist es wieder... wieder nix für mich. Okay. Ach, ich muss den... Okay, ja, verstanden. Verstanden. Ich muss den Anträgern, den Swamp. Dadurch schießt er den hoch und dann kann ich weiter. Got it. 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 So nämlich. Uh, okay. Okay, fährt die zurück? Oh, shit. Oh, shit. Da muss ich direkt weiter, okay. Ich hab den wieder in die falsche Richtung geschickt. Ah. Ich hab den wieder in die falsche Richtung geschickt. So. So, nicht. Okay, zack, 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 und ab dafür und wach. So, zack, 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 und gleich weit. Ah. Schade. Nein. Ach, solche Fehler sind dumm. Seid kein Conan. Macht nicht solche Fehler. Ach, jetzt. Menno. Oh. Oh. Nein, wieso ich... Das war's für heute. so keine ahnung was jetzt kommt der checkpoint und hier sehr gut aber checkpoint nice oh boy der ist weit weg muss ein bisschen mehr schwung aufbauen ja das könnte passen okay okay das ist ziel okay cool haben wir haben wir nicht so jetzt aber jetzt gibt es keinen fehler mehr hier sag ich ja das heißt in den beliebten das heißt in den beliebten super expert level landen die die spielbar sind aber schwer okay also irgendwie sollte ich am samstag nachmittag in dem haus hier nichts aufnehmen ja das spiel ich nachher nochmal jetzt weiß ich ja wie es geht big shell kaiso ich muss doch das habe ich doch gerade versucht warum hat es nicht funktioniert was mache ich falsch ich muss wirklich exakt den indikator treffen sonst geht es nicht okay genau die ecke das wird schon schwieriger glaube ich der hier wird schon schwieriger oh ja der wird schon schwieriger bist okay 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 nice ah darüber okay ich glaube das ist immer zu schwer für mich weiß es noch nicht wir werden noch sehen bisschen wer es noch probieren aber das schon ganz schön ganz schön crazy aber wir kommen halt immer noch ein stück weiter also solange ich immer ein stück weiter kommen werde ich denke ich auch weiter spielen nice 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 okay was jetzt checkpoint nice dumm aber gut checkpoint passt 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 ich habe nichts gesagt so wie gesagt solange wir weiter kommen werde ich auch noch ein bisschen probieren wofür brauche ich jetzt den da oben eigentlich ach wie ne check ich nicht ach okay ich komme sonst gar nicht rüber den brauche ich definitiv nice das war ein kurzer abschnitt noch ein checkpoint okay cool also checkpoint technisch sehr freundlich das muss man wieder zugeben checkpoint technisch sehr freundlich nice oh was muss ich bis da hä hä wie soll ich denn bis da hoch kommen wo der indikator war hä okay der indikator ist aber ganz schön hoch ne aber vielleicht ist der einfach ein bisschen zu hoch gesetzt weil hä hä weil so kann das nicht funktionieren ach es ist krass wie man exakt die stelle erwischen muss damit es klappt bisschen zu weit rechts und zu weit links und schon funktioniert es nicht mehr und das können leute ohne indikator vor allem ja aber ich ich berühre ihn zwar aber ich hä was muss ich da tun wahrscheinlich muss ich den shell jumpen wenn er zurück kommt so werde ich es mal probieren ja ja genau ja genau okay und dann kommt das ziel allerdings das ziel ohne indikator da muss ich erst selber rausfinden wie es geht ist ah mist ah der abstritt ist noch mal richtig tricky oh die abschnitt ist noch mal richtig tricky okay okay nice oh wehe sei brav schließt das level ab 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 okay eins machen wir noch die frage gehen wir einfach weiter und dann gucken wir uns spezielle an das problem oh das ist der gleiche typ ne simple kaiser ah ich verstehe das problem ist ich glaube je weiter wir hier runter gehen desto schwieriger werden die level bin mir nicht sicher wir spielen mal plattform adventures pirate ship das klingt interessant das klingt echt interessant ach du schütz ach den muss ich in der luft was da kann ich da direkt hinterher und dann drauf wahrscheinlich ne so kann ich da direkt hinterher und dann drauf wahrscheinlich ne Ja. Und dann auf den. Okay. Oh Gott. Nee, das wird nichts. Aber das bestätigt in etwa das, was ich... Achso, der kommt hoch. Ich dachte schon. Okay, die kommen hoch. Okay, dann ist die Sache ein bisschen anders. Aber das bestätigt in etwa das, was ich gesagt habe. Nee, je weiter man hier jetzt im Platz nach unten geht, desto schwieriger werden die Level. Könnte ich mir vorstellen. Aber so weit geht das eigentlich sogar noch. Man muss nur ein bisschen reinkommen. Nein. 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 Da muss ich von der Taste runter. Die Stelle wird schwierig. Okay, nice. Okay, Pause. So langsam... Hinter der Röhre kommt hundertprozentig die Röhre. Was ist die? Konzentration hier. Brauche ich hier wirklich... Das ist alles kein Kinder... Kindergarten mehr. Kindergarten ist vorbei. Wir sind in der Grundschule. Wobei... Ja, der SMB-Hack Kaiser Kindergarten ist. Der war auch ordentlich. Das war kein Kindergarten. Nein! Dang it! Das war's. Nein, ich habe ihn verpasst. Come on. Das war nicht ganz, wie ich es sein sollte. Nein, oder auch doch nicht so. Ach man, wir waren doch schon einmal bei der Röhre, können wir nicht wieder zur Röhre kommen? Ja, das war nicht so. Nice. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Nein. Das Level ziehe ich jetzt durch. Wieso klappt das denn manchmal? Wenn du nicht bist. Das habe ich gemerkt, dass das nichts wird. Boah, aber es ist ärgerlich, ne? Wir waren einmal ganz hinten bei der Röhre und seitdem hat sich das so ein bisschen erledigt mit der Ohmregel. Oh Gott, mit der Ohmregel. Hä? Jetzt bin ich zu doof dafür. Ich kriege es nicht, weil da kein Indikator ist. Kaum habe ich keinen Indikator, bin ich zu doof dafür. Gibt es doch. Die Münze hier funktioniert ja echt gut als Indikator. Also, schade, dass da keine ist. Ach. Nein, jetzt war ich wieder zu... Voreilig. Oh, jetzt habe ich, äh, ja. Mein Einsatz verpasst. Das war neu. Nein. Es ist nicht viel bis dahin, aber ich schaffe es nicht mehr. Das gibt es doch nicht. Es ist immer das erste Mal, wo man hinkommt und dann ist einfach Ende. Okay. Okay. Nice. So. Zack. Zack. Und da drauf. Und da durch. Ich will gar nicht in die Röhre. Ich will weiter. No. No. Ich war so überzeugt, dass ich in die Röhre muss. Da geht es weiter dahinter. Oh no. Wir kommen wieder hin. Oh, wir kommen wieder hin. Oh no. Okay. Wir sind aber weiter. Progress. Progress. Ich darf hier nicht zu schnell sein. Das war der Fehler. Wenn ich das in Ruhe mache, funktioniert das viel besser. Was kommt jetzt alles? Ich habe doch keine Ahnung. Mist. Okay, da kommt dann irgendwas raus aus dem Ding. Uff. Wie lange ist das der Fall eigentlich? 28 Sekunden. Oh, boy. Oh, shit. Aber das klappt jetzt nice. Okay, gut, 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 gut. Dann können wir ja zumindest immer ein bisschen weiterkommen. So. Okay, okay, verstanden. Der trifft mich genau da und dann kann ich den mitnehmen. Okay, gut, 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 gut. Wieder Progress. Jedes Leben, mit dem wir Progress zumindest machen, ist ja kein verschenktes Leben. Das ist ja schon mal gut. Nicht zu schnell. Ah, das war der Fehler, dass ich da immer zu schnell wollte. Okay, cool. Nein. Ärgerlich. Ei, 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 ei. Nein. Das war jetzt wieder so ein verschenktes Leben. Aber wir hatten gerade eine Phase, die lief ganz gut. Also da bin ich ja zufrieden erst mal. Ja, nice. Nice. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Wait, wait, wait. Das ist... Da ist das Ziel. Da ist das Level zu Ende. Da ist das Level zu Ende. Mist. Mist. Großer Mist. Aber wenn man es weiß, wie es geht, ist es auch schon wieder gar nicht mehr so schlimm. Ne? Das ist auch wieder so ein Level, das hat am Anfang richtig übel gewirkt. Und wenn man weiß, wie es geht, ist das voll okay. Nein. Nein. Okay, da warten wir einen Moment. Da warten wir einen Moment. Wir schaffen das Level. Nice. Vielleicht noch nicht in dem Versuch, aber wir schaffen das Level. Sehr nice. Das war der Hauptfehler. Der Hauptfehler war, dass ich da zu schnell war. Alles andere ist ja voll in Ordnung. God. Okay. Also gibt es gar keinen Checkpoint in dem Level. Ja gut. Ja gut. Braucht aber auch keines. Ist ja recht kurz. Was? Ja gut. работает. whinen hat ist Vale. wähl, wähl, schließ das Level ab, schließ das Level ab, komm schon, ich weiß, ich hab's auf Video, ist egal, aber schließ das Level ab, danke Nice, 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 sehr nicees Level, okay, so, wir machen jetzt folgendes, ähm, für die, die es nicht mehr interessiert, die können abschalten, ich spiele jetzt nochmal dieses Level, damit es auch abgeschlossen ist und das nehme ich halt auch auf, ja, ob ich es jetzt privat spiele und nicht aufnehme oder aufnehme, ist egal, für die, die keinen Bock mehr haben auf das Level hier nochmal, danke fürs Zuschauen und tschüss, und für die, die das nochmal kurzmäßig anschauen wollen, wie ich hier das nochmal versuche, das sollte jetzt nicht allzu lange dauern, äh, ja, hallo na, also, ich meine, ich hätte es jetzt sowieso nochmal gespielt und ob es jetzt in der Aufnahme ist oder nicht, ist ja völlig egal, ach Mist insofern, es ist in der Aufnahme, für die, die es sehen wollen und für die, die es nicht sehen wollen für die habe ich mich schon verabschiedet, die hören mich schon gar nicht mehr so, okay also das wird jetzt maximal noch bis 50 Minuten gehen und dann ist Schluss gehe ich mal stark davon aus ich meine, wir haben es ja schon geschafft, ne, so schwer ist es ja nicht gewesen die Stelle war am Anfang ein bisschen kritisch, die kennen wir jetzt ja schon und da ist auch schon ein Checkpoint wo war noch eine kritische Stelle, ich weiß es schon gar nicht mehr ach ja, hier mit der Geschwindigkeit, ne ja, geradezu erwischt, okay, cool und das war rss, fast fast, aber ihr seht, das geht wirklich fix ja, easy gut, prima das hat er gar nicht mal lange gesagt, wow, das war, das war ja richtig schnell jetzt stürzt er wieder ab, dann machen wir es nochmal ich mache das so lange, bis er es mir registriert, dass ich es gespielt habe danke, jetzt spielt er jetzt gibt es gar kein Problem mehr, ich weiß nicht, was das war wahrscheinlich war jemand im Internet, keine Ahnung ist ja auch egal danke fürs Zuschauen, jetzt für alle anderen und tschüss